Also wir wollten das da oben fertig machen. Ja, die Goblins kommen ganz schön da ran. Aber das ist noch ein Vorteil. Wir haben jetzt noch eine höhere Wand hier, damit dann mehr Skelette benötigt werden, um da eine Räuberleiter zu machen. Und ja, du musst da erst rausgehen, bevor es gebaut werden kann. So, wo brauchen wir noch Dirt? Da brauchen wir noch Dirt. Dann brauchen ein neues Portal oben drauf, damit das Portal da zerstört werden kann. Idealerweise ohne, dass da Zwerge drin sind. Ich will nicht, dass dem Zwerg passiert, was dem Wildschein passiert ist. Das war nicht schön. Was? Was machen die da? Porten sich rein, legen Dirt, porten sich raus. Aber das Dirt wird nicht gelegt. Das klappt so nicht. Okay. Dann macht mal da das. Da sind zwei, die nichts zu tun haben. Das ist nicht gut. Dann portet euch mal hierher. Macht hier einen Durchgang. Und ich schmeiß hier schon mal Dingens hin, damit das gleich runterrutschen kann. Damit da keiner fällt. Ich sehe euch nämlich schon fallen. Genau. Genau so habe ich euch fallen sehen. So, das weg. Das weg. Jetzt die da drauf. Hier unten sind doch bestimmt... Oh, Kohle. Aber hier unten sind doch bestimmt wieder irgendwelche fiesen Monster. Portal an. Ein paar Fackeln verteilen. Kann nicht schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Ich neke kann auch weg. Stahl. Benötigt Schmiede. Wir müssen erstmal lernen, wie man Eimer baut. So, das kann weg, das kann weg. Das da oben kann weg. Oh, und da ist der Brutalraum. Oh, den können wir jetzt ignorieren. Wir sind jetzt ja schon im Sandkasten-Modus. Da kommt nicht mehr viel. Das weg, das weg. Steine können allerdings auch mal alle weg. Sand brauchen wir für das Terrakotta-Zeug. Also wir können einfach alles hier bauen. Schnecken können auch sterben und überhaupt alles weg. Die ja auch und die ja auch und... Ja. Hatta. Stahlschwert will ich Schmiede. Nee. Aber ja, noch ein Grund, warum ich hier alles wegholz. Ups. Warum ich alles wegholz. Bei jeder solchen Aktion kann eine Schriftrolle abfallen. Und wir brauchen noch ziemlich viele Schriftrollen. Du weg, du weg. Du weg, weil du Sand bist. Du weg. Irgendwo ertrinkt ein Zwerg. Was machst du hier bei den Goblins? Habe ich dir wieder ein Portal geklaut aus Versehen? Ja, schaut fast so aus. Du hast bestimmt hier oben gearbeitet. Oh, 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 oh. Monsterwelle. Äh, äh, äh. Das habe ich auch ganz übersehen. Was kommt denn da alles? Ja, hier sind nur zwei Wände. Dann ist Schicht im Schacht. Also bauen wir mal schnell provisorisch hier noch mehr. Lass mich veräppeln. Bett weg. Dann noch schnell eine Mauer hin. Ich sagte dann noch schnell eine Mauer hin. Komm, 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 komm mal. Das Bett weg. Bau Stein. Nicht, wenn da ein Zwerg drin ist. Achso, warte mal. So konnte man das bauen? Okay. Befreien. So, das wird schon mal abgewendet. So, dann kümmern wir uns um den Rest. Und sobald wir jetzt ein paar mehr Rüstungen haben und die auch anziehen, können wir die Sklette auch mal töten gehen. Ja, vor allem... Alle Helme anziehen, bitte. So. Was fehlt denn jetzt noch? Eins, zwei... Zwei Rüstungssets fehlen noch. Und ihr habt nichts zu tun. Warum habt ihr nichts zu tun? Portal hier hin. Das da weg, das da weg, das da weg. Pendelur. Ich will verdammt... Nein, wir haben keine Pendelur. Das da weg, das da weg. Das da weg. Ziegelwand. Ja, schön. Und da ist das Portal. Zählt das ja eigentlich als Sand oder als Sandstein? Ist das ein Unterschied? Sand für ein Stück. Mach das da mal weg. Und wer wird angegriffen? Oh. Oh, hey, 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 hey. Was macht den hier? Also hier haut ein Zombie tot. Das ist schon mal toll. Aber... Was macht die hier schon wieder? Wo ist das doofe Schild? Da. Schild weg. Tür zu. Schild schnell raussuchen. Wo bist du? Schild. 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 Hier hinstellen. Oh, oh, oh. Wo willst du hin? Da ist ein böses Schild. Du darfst nicht. Wildzwerg. Kontrolle übernehmen. So. Raus da. Portal. Hier. Wird schön. Geh, 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 geh weg. Ich glaube, die ignorieren das Schild. 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 Mach die Goblins tot. Was soll's. Ich stelle euch hier Portale hin, falls ihr es anders überlegt. Oder ihr könnt auch da ertrinken. Mir wurscht. Habt ihr nicht besser verdient. Da ist noch ein Portal. Da ist viel zu tun. Aber die sind alle arm ertrinken und durch die Gegend laufen. Die sind gleich bei uns im Haus. Aber die bauen komisch. Ihre Tunnel. Und hier wollen die wahrscheinlich hin. Also unsere Zwerge. Na gut, sollen sie hier hin und hauen mal die nach unten. Heido. So. Ihr könnt jederzeit raus teleportieren. Ihr könnt jederzeit raus teleportieren. Ich hoffe, das machen sie ja auch. Ja, gut. Oh oh. Oh oh. Keiner gestorben ist ja richtig. Glaubt nicht. Ihr könnt ruhig aufhören, euch hier hinzutelotieren. Warte dran, bis die Sklette tot sind. Oder geht schlafen, richtig. So. Also alles einsammeln, bitte. Wo ist mein Bett? Ja. Kommt ja schon. Da bitte Stein. Ersätze vorne Wurzeln. Könnt ihr wohl hier gar nicht, oder? Von da vielleicht. Äh. Äh. Da. Vorne Erde. Brauchen wir hier noch ein Portal. Weil das Portal da gleich zugeht. Brauchstein. Hm. Das geht wieder nicht. Die benutzen das näher liegende Portal. Und das ist das hier. Ne, na gut. Da haben wir schon mal Wurzeln für den Baum. Das ist gut. Das hier unten kann alles weg. Hier unten muss ein neues Portal hin. Also wir hatten 5 Sand. Das muss alles weg. Und mal gucken, ob wir dann 8, 9, 10 Sand haben. Warum tut ihr sowas? Ja. Du trinkst immer noch. Das ist nicht sehr klug von dir. So, wir müssen warten, bis das Portal weg ist. Also kurz mal doppelte Geschwindigkeit. Dann kommen hier Stein hin. Da Stein hin. Überall Stein hin. Und ich hätte gerne dich. Kontrolle übernehmen. Warum kann ich nicht Stein setzen? Ah, das ist schade. Na gut, dann mach das mal weg. Das mal weg. Runder Spiegel. So, dann da Stein. Da Stein. Da Stein. Ja, kannst du doch. Sehr schön. Der Auftrag da weg. Hopps, 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 hopps. Befreien. Portal ist weg, also kann ich hier Stein hin. Wo ist mein Bett? Ja, ne. Okay. Du kriegst gleich Bett und so. Da unten ist ganz viel Platz. Haben wir schon Betten fertig vorbereitet irgendwo irgendwie? Ja, haben wir. Ach, ist das gut, wenn der Georgian aus der Vergangenheit mitdenkt. So. Zwerge schlafen nur in einem Unterschlupf. Oh. Ja. Äh. Das da muss weg. Da kann so einer hin. Wo ist mein Bett? Ja, ihr kriegt eure Betten ganz ruhig. Äh. Wo ist der Deckel von dem? Genau. Holz in der Falltür. Die Holz in der Falltür muss erstmal wieder ins Lager gebracht werden. Dann brauchen wir jetzt hier Leitern und da die Falltür. Und dann müsste das hier auch zum Unterschlupf gehören. Und da muss auch noch ein Bett hin. Und dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Betten für sieben Zwerge. Also brauchen wir bald noch mehr. Ja. Gehörte zum Unterschlupf. Sehr gut. Stein. Äh. Setze vor der Erde. Das da muss weg. Da muss ein Portal hin. Sobald das Zeug weg ist, was jetzt gleich passieren sollte. Genau. Kommt da Stein hin. Damit wir dann hier Stein bauen können und überhaupt. die Untoten ist ganz schnell durchkommen. Vorne Erde. So. Alles fertig? Alles gut? Jo. Sehr schön. Hier ist jetzt noch eine Sicherheitslücke. Lässt sich aber erstmal nicht ändern. Einfach Geschwindigkeit. Genau. Wir wollen einfach weiter graben. Also gehen wir mal hier hinten in. Und machen wir hier einfach alles zu. Okay. Das Ding kann noch weg. Ein paar Scaffoldings hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Das soll nämlich weg. Das und das soll weg. Und dann soll hier der Weg wieder aufgefüllt werden. Oh. Eisen. Flupflupflupflupflup. Und du kriegst hier auch noch ein Portal. Achso. Das ist wirklich dicker denn. Aber da kann noch eins hin. Achtungsschild. Achtungsschild. Oh, das ist echt einfach. Vier Holz, ein Knochen. Wie viel Knochen haben wir? Einen. Ich. Ja. Okay. So viel Holz haben wir auch nicht mehr. Nein. So. Jetzt haben wir zwei Achtungsschilder. Also das da muss alles weg. Scaffolding muss her. So. Jetzt brauchen wir gleich ganz viel Holz. na nana 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 nana. Dede dot de de. De De. Dann kann der Scaffolding da auch gleich wieder weg. Und hier bitte einmal durch. Warum gräbst du da nicht? Warum stichst du einfach nur davor? Sehr kurios. Na gut. So, zu. Zu. Skuffording weg. Weg, 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 weg. Und da können sie eigentlich rüberhüpfen. Hier könnt ihr auch gleich weitergraben. Auch wenn wir bald, glaube ich, am Kartenrand sind. Ja, das ist Wasser. Auch wenn das mal echt interessant wäre, zu gucken, was passiert, wenn man das Meer angräbt. Also, wie viel Wasser da wirklich wegfließt. Warum gräbt keiner da nach oben? Ah, na also. Nur meckern. Skuffording sind super. Oh, da ist sogar richtig schönfleißen. Das kann auch mal alles weg. Skufford, Skufford. Bier. Brauch Fass. Ich kann kein Fass bauen. Das ist gemein. Ja, habe ich kein Rezept für. Oh, wir sind in eine Höhle rein. Licht, Licht, Licht. Oh. Ach, die halten gar nicht so viel aus. Okay. Äh, äh, äh. Töten. 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 Kommt alle her. Wir räumen mal richtig auf. Der ist eher das Problem. Hayda, hayda. 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 Untertitelung des ZDF, 2020